Jo Leute, Willkommen zu einem kleinen Infovideo. Es ist eine kleine Ausnahme, weil normalerweise habe ich auf dem Kanal ja nur Livestreams und keine richtigen Videos, wo ich zuerst ein Rendern und durchs tue. Aber daher, dass es ein Infovideo ist und einfach eine kleine Ausnahme ist. Wir haben letztens zusammen geredet, wir drei, zur Piste. Wir sind irgendwie auf Pixelmon gekommen, weil wegen den Karten und alles. Oder wir sind gehypt und alles. Keine schwarze Furcht. Also Nico war anscheinend sehr gehypt irgendwie auf Pixelmon. Und ich muss sagen, ja, ist nicht schlecht. Also ich fand es auch irgendwie geil. Deshalb wird Fit the Beast Omnia für der Weih einmal pausiert. Irgendwann werden wir es mal wieder aufgreifen und wieder abfangen, weil die Welt ist noch da. Ich werde es mir noch runterladen, dass es wirklich 100% safe ist. Aber sonst passt alles. Es ist schon alles noch da. Smartpack ist natürlich noch da. Die Welt ist noch da. Es ist alles noch safe. Also keine Angst. Da darf ein Bild irgendwann mal wieder was kommen. Und jetzt dabei halt noch Pixelmon. Weiß nicht, warum wir anfangen? Wochenende oder erst nächste Woche oder so. Keine Ahnung. Ich habe mit den Jungs noch nicht zusammen geredet. Ich wollte heute noch so ein kleines Info-Video machen. Ja. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich würde mal sagen, wir hören uns bei den nächsten Livestreams. Bis dann. Ciao.